Ich habe eine Unternehmerpatenschaft in Kirgisien übernommen und habe mich auf einer Reise dorthin persönlich davon überzeugen können, dass die Arbeit von BPN wirklich sehr wirksam ist und das Geld hier ankommt. Ich engagiere mich für BPN und unterstütze Kevin in Rwanda, die eine kleine Schuhfirma hat. Schon von Anfang an haben mich diese vier Säulen, Ausbildung, Coaching, Kredit und Vernetzung der Unternehmer sehr überzeugt. Als Finanzchef eines global tätigen Unternehmen imponiert mir an BPN ein sehr gutes Kosten-Nutzer-Verhältnis, das sicherstellt, dass meine Spende auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Mich fasziniert eigentlich, wie BPN direkt in diese Länder geht. Das Potenzial in diesen Frauen sieht und vor allem auch junge Frauen sieht. Wir wollen genau dich, so wie du bist, in dem du kannst, unterstützen. Ich beschäftige mich auch beruflich mit nachhaltigem Investieren. Darum hat mich BPN von Anfang an überzeugt und wir unterstützen BPN in mehreren Ländern. Das mentorship ist vor wie ich BPN. Untertitelung des ZDF, 2020